Jetzt ist das wunderbare Set vom Brickchester aufgebaut von Let's Bricks, haben wir das bekommen. Wie gefällt es dir? Also optisch finde ich es echt cute, dass es ein Baumstumpf ist. Ich verstehe eigentlich ganz, warum der Baumstumpf ein Haus sein muss, aber das tut ja nichts zur Sache. Ja, die haben sich halt in den Baumstumpf rein genichtet. Also es schaut sehr magisch aus, es hat extrem viele Details, was es echt cool macht, weil das Set über 1200 Teile hat, was man gar nicht vermutet, weil es ja doch recht klein ist. Ich muss sagen, ja außenrum ist es echt schön gelöst, aber hier der Deckel, also das Dach, erstens kriegt man es nicht gescheit fixiert, man kann es nicht wirklich aufmachen und schließt nicht schön. Also da wäre etwas anderes schöner gewesen, aber außenrum ist es echt schön. Ich will dir nochmal den Kreis zeigen. Es ist echt sehr viele Details. Es ist teilweise mit der Anleitung schwierig zu bauen, muss man sagen. Wenn man halt nur Lego-Anleitung gewohnt ist, ist das dann eher nichts. Also ich würde es auch nicht Kindern empfehlen. Aber so, wenn man sagt, man baut das einmal auf und stellt sich Sinn. Das ist ganz cool, glaube ich. Es hat ein paar Nachteile, weil dieses Set kostet tatsächlich genau 100 Euro. Die Anleitung ist nicht, wie man es von der bekanntesten Klemmbaustein-Marke kennt, sondern sie ist digital auf einem USB-Stick und man muss eigentlich immer raten, wo die Steine hingehören. Es ist nur rot eingekringelt. Es fehlt leider die komplette Inneneinrichtung. Aber ich weiß nicht, ob das nur bei uns, wenn es jetzt so ist, oder ob das generell so ist. Müssen wir noch nachfragen. So, jetzt wird es ständig unscharf so. Aber prinzipiell schaut es doch ganz lieber aus, muss man sagen. Also es hat er schon schön designt. Beim Schornstein fehlt leider, also ist die falsche Farbe geliefert worden. Das stimmt nicht. Also, ja, ich werde es nur kurz zeigen. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war, dass das hier jetzt, ob das nicht runterfällt. Das hier oben beim Schornstein, das jetzt hier blau ist, wenn man das gut sieht, sollte auf jeden Fall weiß sein und nicht blauer auch. Ich weiß nicht, was ich da verbrenne an da drinnen. Also auf keinen Fall eine Kaufempfehlung für Kinder, aber für Leute, denen so verwunschene Waldbauten gefallen, ist es auf jeden Fall interessant, weil es extrem detailreich ist und coole Bautechnik. Extrem viel braune Teile dabei, also wenn man es nicht will. Man kann es in einem Schiff umbauen, also es sind wirklich viele Teile irgendwie übrig geblieben. Keine Ahnung warum. Und was auch komisch ist, oder halt beim Bauen nervt ein bisschen, dass alle Teile irgendwie gemischt kommen und nicht nach System. Das heißt, man muss wirklich alle Teile dabei sind am Tisch geben. Ja, aber das ist halt üblich gewesen. Und es halt auch bauen. Ja. Je nachdem, wie man gerne baut. Ne, passt. Schön. 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 Schön.